alter ja leute willkommen zu neuen folgen und ja exsens hat ein problem der kreis an während autos sind die karte noch seine arbeit fertig macht was das extrem wichtigste verhalten er war ist das zeigt dass ein du bist nein ich kein grau spieler ich weiß nicht warum er sich der amateur gamer nennt wenn er woher jemand angreift ist jetzt hier gerade die läuft so eine jubige kanakke die noobs gehören eingesperrt die noobs gehören allerdings nass gesperrt da ist einer erwischt ich habe erst auch erwischt mal eine fresse wird geschossen habe ich kurz mal ihre ruhe gut warte mal kurz muss man was machen weil sonst kann ich nicht mehr exportieren weil mein spaß weil mein fest mein desktop hat schon einen der teil für den daher werde ich das mache ich nicht so jetzt schnell desktop wegrollen und dann kann ich wieder spielen müsste alle leute müssen ein bisschen mein chip genießen bis ich wieder das so dass ich wieder freie platz habe auf dem desktop für eine neue sounddatei so jetzt kann ich wieder ja weil meine bestimmte datei wo es nämlich dort drauf landen auf diesem desktop wird dann nämlich immer meine sprachdatei wo meine sprache drauf gespeichert ist von autocity ich würde dann ins video rein ja sobald es losgeht mit schusswaffen werde ich umgebracht natürlich ich bin den schusswaffen ja auch so dumm ich kann mich für's auch nie umgehen ich will's überheden dann will's ein ich weiß ich bin so dumm wenn es zum schusswaffen geht scheiße ich weiß ich weiß ich weiß Warum lasst ihr klein-hobe-Söhne? Dann gehen wir sehen, was mich geröscht. Jetzt müsste ich eiskalt schreiben, YouTuber an die Front. Nee, das ist ja mein Format. Nee, ich meine den Satz, doch nicht das Format. Ich wollte den Satz jetzt sagen, dass wir an die Front gehen. Alter! Cool! Extend als Feindstorm ist echt scheiße. Ich gehe hoch. Ich scanne die Umgebung. Alter! Der macht One jetzt immer noch, dieser Suck! Uaah, ey! Der ist doch alles zu stark! Kara! Oh, meine Fresse, da hast du böse, der Wichser! Ach stimmt, ich kann fliegen, ich vergaß! Das ändert jetzt einiges an der Situation. Ich habe noch einen HP. Ich kann jetzt One-HP schreiben, aber... Das Ding ist erstens scheiße und dann fühlt sich derjenige wie... ... ... Der Stocher ist ein One-Hitter. Deine Mutter! Lass den kommen. Yes, ich hab den... Oh, meine Fresse. Ich dachte, ich hätte den jetzt umgebracht. Ich taste mich da vorne. Sieg für Tier, komm! Tara, Bella will uns... Alter! Der schmeißt mich einfach mal über die halbe Map. Dieser Wichser. Was hat der für psychische Probleme? MSE macht aber ein Warp-Chip. Ich hoffe, dass wir Monesca an Bord kriegen. So, ein Versteckmisch war für uns. Und dann werde ich mal... Fragen, ob Monesca eine Verstärkung bitten kann. Wir brauchen jetzt seine Hilfe. Mal gucken, ob... Hast du einen Fenstermodus? Ja. Dann kannst du ihn ja anschreiben. So, ich hab's. Ich bin... So, ich hab jetzt Jumpgeber angefragt, weil Mario ist offen. Welcher rauf? Amateur-Warn-Raum-8. Ich kann aber nicht im Spiel heraus entweiten. Wenn wir fertig sind. Ich hab angefragt, ich hoffe, er hat krass. Der muss ja erstmal das Spiel hochfauen. Er rendert gerade. Er rendert gerade und kann eben sprechen nicht. Nächstes war halt noch besser, Flair. Wenn du jetzt Raptor hast und eine Accounte, könnten wir sogar per Raptor chatten. Aber ich weiß nicht, ob Raptor ein Sprachchat anbietet. Weil das Overlay ist drin. Oh, wir haben Healer. Chaos, wir haben eine Healerin. Nützt aber nichts, weil sie sind Säcke. Ja, ich hab sie jetzt erst auf Sack genannt, weil sie Säcke sind, weil sie schlägen. Und zwar nicht auf dem Tattel. Und zwar nicht auf dem Tattel. Ich komme. Alter! Das war ja ausweichend. Das ging nicht. Die haben so hardcore Waffen, die können uns killen. Weil diese Bock haben. Alter, ich bin so schnell mit der Katana, aber trotzdem. So, erledigt. Der hat es verdient. Doppelter Kill. So, erledigt. Kommt her. Danke. Schuss. Scheiße, Kill, der Stocher. Er ist geschwächt. Oh, leck mich doch. So tief am Arsch, dass es nicht mehr geht. Oh, jetzt will ich mir selber sogar vorstellen. Scheiße. Das war nicht eigentlich schlecht, dass er sich das vorstellt, aber egal. Ja, ich weiß, zeig dir gerne mein S4. In der Hose. Okay, das heißt, das heißt so. Das war nutzlos. Ich komm nicht an, wenn Herr Stocher da ist. Herr Stocher ist der Bonded Kill Maschine. Da kann ich die einstinken. Ich bin bei 100kp, obwohl Tun5 hat das auch geschafft. Was? Exzenz hat mich überrascht. Exzenz hat sich im Eingang versteckt. Bleib ruhig, ganz langsam. Der ist hier irgendwo, ich weiß es doch. Scheiße, ich kann die Waffen hier einfallen und dann kill der mich. Alter, der hat Verteidigungsdurchbruch. Ich hab nicht meine Verteidigung. Jo, danke. Hier nützt nix, wenn da Herr Stocher in der Nähe ist. Weil er schwul ist. Er ist gay. Genauso wie Exzenz. Er ist auch gay. So, ich hab Exzenz umgebracht mit der Sigma Blade. Der grad den ebensten Sigma tot hat. Der hat dich. Ihr habt euch gegenseitig umgebracht. Ja, ich hab den ewigen Sigma tot gegeben. Sollte ich das mal geben. Ah, tot. Darum ist einer. Alter, ich kann den nicht killen. Das ist ein Wichser. Der ist ein Wichser. Der ist ein Wichser. Der ist ein Wichser. Der wird in meinem Video gerade so richtig beleidigt. Einer. Denn die Fische sind unfair. Das ist ein Wichser. Achtung! Ich wollte Kranz zuschlagen und dann Ich habe einen Kill, den ich heute war, als ich mir das gerade erst nicht machen wollte. Na klar, die... Die campen vor der Basis! Was sind denn das für Doops? Ja, warte, dem treibe ich das jetzt aus! So, ich habe dem das jetzt ausgetrieben. Die campen vor der Basis sind schwul. Moin Nubisch. Wenn der das aber machen soll, ich sage es dir. Alter, der Stocher killt mich einfach instant! Da cheatet einer! Echt? Ja! Die sollen ihren Hacker raus... rausschmeißen! Die sind doch... Spaten! Der sind jetzt von der Basis! Das ist der schwul! Die sind die alle! Bis auf her Stocher! Stocher hatte wenigstens Anstand! Der ist der alter Sack! Das nächste mal kommt schon der Sigma-Blade da hochgeschneid in die Ecke und dann möchte ich so in den Arsch stecken! Das der heulen wird! Alter! Der kommt! Was macht denn der? Der hat mich gar nicht angegriffen und trotzdem hat er mich verwirrt! Wie geht denn das? Der ist schon down! Ach so, wirklich? Und zwar kommt der? Verteidigt sich? Ich werde auf einmal verwirrt auf komische Weise. Was soll ich gar nicht gehen? Hab ich gar nicht angegriffen! Und dann trotzdem... Der kommt... Oh Gott! Die sind hier! Die campen die Nubes! Wir trollen die Leute mal... Wisst ihr noch, wie im Folge 12 trollen die Leute gesagt? Wir schieben halt ständig in den Chat! Soll ich mal schreiben, hier wird nicht geklemmt? Weißt du was TrolliLolli Folge 12 ständig geschrieben hat? Die campen nur die Nubes! Ich glaub ich war sogar ernst gemeint! Wollen wir schreiben, hier wird nicht geklemmt? Nö! Da fühlst du dich beleidigend, dann geht's gegen uns wieder! Ja, was ist mir schade! Diese Camper! Alter! Ich wollte hier gar nicht die Camper nicht ausfahren! Ich geh in den Geheim Offensiv... Oh Gott! Der hab ich erwartet! Die haben uns erwartet hier! Die sind hier in der Nähe! Ich seh es doch! So, jetzt haben wir sie angelockt! Die kommen gleich! Die sind alle da oben bestimmt! Ich geh ganz hoch bis vor! Und? Sie sind nicht oben! Alle hochkommen! Ne! Die haben uns... Ich versteck dich diese Schweine! So! Ich hab die nächste von der Bildkarte verschwinden lassen! Mal kommen, wenn der nächste Rest kommt! Die ist 0! Ach da ist ja die Doobs! Alter, der Noob! Der Noob! Der Noob! Der Noob! Fick dich, du! Der Noob! Der Noob! Der Noob! Der Noob! Der Noob! Der Noob! Ich geh da raus! Ich muss da noch alles für die heutige Folge noch vorbereiten! Sammle zur Beschreibung! Ich hab nämlich noch gar keine geschrieben! Und keine erstellt für heute! Muss ja gern machen! Oh, Wichser! Der Noob! Wir müssen uns aufteilen! Die werden überall kommen! Der Heim ist gefunden! Ich hab den erst gefunden! Mero fest! Wollen die doch! All rüber zu Emerson! Komm! Ich hab mir gute Skillfähigkeiten auf Lager! Also ich bin auch nicht ganz ohne! Aber Fliegen kostet ESP und dann hab ich keine mehr für Sigma! Ich guck rein! Warte kurz! Kamerabuck! Nein! Ist nix! Ich muss euch mit der Kamera ein bisschen spielen! Einen erwischt! Den Noob lass ich denen kommen! So, wir haben ja Aufwachsen gemacht! Er ist noch erwischt! Er kommt hoch! So, das war's jetzt mit dem... Da ist einer! Scheiße! Faken! Pissen! Die Pissen aus ihren Ersten bestimmt! Den ganzen Tag! Und Kacken aus Vorderteilen! Das ist der Alltag eines Doops! Solche dämlich dreckigen Arschgesichter Kanacken, die sie so am Arsch decken können, dass sie nicht mal lecken können! Ah! Und jetzt das ist einfach! Okay! Und jetzt kommt's! Und jetzt? Infekt!